Was? 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 Was ist jetzt mit Deutschland? Also, wir in der Schweiz haben ein General-Abo, oder? Was? Was für ein Abo? Das kostet 2.000 Euro pro Jahr. Was spielen wir? Wovon redest du denn überhaupt? Capture the flag. Vom Abonnement. Zugabonnement. Was für ein Abonnement? Ja. Für ein Zug, oder was? Ja. Ach so. Keine Ahnung. Habt ihr so in Deutschland für ein ganzes Jahr? Ich glaube, das kann man machen, ja. Boah. Aber ich fahr auch so relativ selten mit dem Zug. Ich glaube, ein Schweine. Unsere Fahne noch so ein bisschen mit. Ah was? Unsere Fahne ist einer Mitte durch. Das stand vor dir. Was? Wen hab ich gekillt? Okay. Ich weiß. Boah! C4. Äh ne, das war ein C4. Fuck. Fucking Claimer war das. Dreckssäcke. Lauf hausseite, lauf hausseite. Ah, fuck. Da war noch einer an der Fahne. Läuft Wasserseite. Ja, viele. Komm. Ja, die kommen auf der anderen Seite. Alle. Du kannst durchlaufen, du kannst durchlaufen. Die haben die Drohne abgeschossen, die Wechsel. Lauf Schlampe. Rein hier jetzt. Mit der Fahne. Nice. Ich hab Geschütze und Hellstorm. Ah, wieso denn hinter mir? Ich stell Geschütze bei uns hin. Ich bin ganz rechts rüber zur Flagge. Ich hab's schon wohin gestellt. Ich kann auf die Flagge schauen, genau. Zwei kommen rechts. Da ist noch einer beim Auto. Ist aber jetzt tot. Los, Flagge, sauber. Ja, ich komm mit. Mach dir den Rücken frei. Wo lauft ihr? Rechts. Bei denen hinten ist es ziemlich frei, ne? Hinten ist frei. Ist frei, lauf. Wie schön steht der Scheiße, dass der Canyon tötet. Da war ja auch keiner. Hinter uns kommt. Da kommen welche gleich. Passt auf. Ich lauf Wasser, ne? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Der Camer hält mich an da unten. Okay, wenn du das Geschütze da hinstell, stell dich da hin. Tja, damit ist das Geschütz weg. Bei uns an der Fahne. Ist tot. Wuuu. Haha, der Dauphin. Sehr gut. Schreibt mal alle easy. Hopp, schreibt jetzt auf 3 easy, okay? Warte. Nein, so behindert bin ich nicht. Hopp, komm schon. Mach's alle mit. 3, 2, 1, Hopp, alle easy. Ihr seid solche Spasten, ne? Die sind nur noch zu viert im Box. Mensch, Theo. Lass uns doch mal Spaß haben. Geht. Bier man, lauf schneller. Echt mal Bier. Theo man, du auf. Wieso? Ich bin am schießen. Ich kann nicht schneller laufen. Da ist auch keine Richtung weg. Ja, fuck. Oh, wann kommt der Kampfer noch? Ich hab irgendwie damit gerechnet. Das war ja nicht. Es sind nur noch 3. Wieso musst du denn hinter mir sein, du Wichser? Ah, fuck. Ja, Camper. Ich kann ja nur rausgehen. Das gefällt mir. Ich fühle mich zu tun. Das sind richtig anspruchsvolle Matches hier, muss ich schon sagen. Also... Gegen so eine Übermacht an Gegner. Oh, Alter, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Nur Glenn mehr. Habt ihr das schon wieder versaut? Nice. Together. I give you back up. Arschloch. Ah. Hm. Boah, der mit der fette... Gamer. Da ist noch einer bei uns an der Fahne. Wo? Ach, da ist Bier einer an der Fahne. Ja, da ist, glaub ich, noch einer gewesen. Wir haben den Krieg kaputtiert. Oh, da ist er. Ach, fuck. Ich schieß wie so ein Bongo, ey. Wo ist denn der? Tot. Lauf. Ah, da kommt. Rechts. Ich komm von Wasser. Ah, linkes Haus, zwei. Unten im Haus. Umruh. Lauf einfach. Wollt ihr noch ein bisschen spielen oder soll ich zu Ende machen? Nein. Nein, nein. Okay. Ja. 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 Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das ist jetzt Leonard. Das kannst du jetzt machen, als willst du, Leonard. Ja. 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 Ja.